Ich darf ans Steuer oder was? Oh man! Sondern... Ich bin Klobich. David the Marine. Ich genieße die Fahrt. Ich bin Klobich. Unter der Zeit ist ein Repp am Rand einer 3,000 Meter durch Klob. Kann jemand sehen? Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Oh Gott! Sie laufen voller Wasser! Klobich! Klobich, mein kleiner Bruder! Irgendjemand hat sich erledigt! Klobich, Sir! Wo sind wir hin? Kommt hier rein! Da drüber oben und kreist sie! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Nach einem Loch im Rumpf? Mal schauen, ob wir sowas finden. So! Ein Loch im Vichy Schwie! Ich hab deutsche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Fahr durch, Räcker! Wie kann ich da durchfahren? Achso! Wir schalten nur nicht vom INF gegen Shanghai getroffen! Sie haben eben gestunden einen Bericht! Achso! Wir sammeln quasi Berichte! Los weiter! Bewegung! Was stand da? Achso! Klettern, ja! Och Gott! Müssen wir jetzt kriechen! Upsi! Kofik! Ach, was du nicht sagst, Kofik! Die Schäden anfängt anders! Pass auf, wo du hintrittst! Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale! Such nach Luke G46! Durch die kommen wir direkt ans Ziel! Okay, wo ist sie? Da! Die Frau auf! Luke G46! Da ist sie! Da ist die Luke! Räcker hat sie! Na, warte, ich helfe dir! Aufmachen! Sollen wir echt runter? Ganz schlimm, oder Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sagen! Also los! Was? Ach Gott! Wo ist das Arschloch gehört? Bring rein! Geh rein, Irish! Oder soll ich zuerst? Ja gut, dann geh ich zuerst! Ja, darf ich mich jetzt bitte bewegen? Aber geil, dass wir... Erreichen sie die SK-Zentrale! Äh... Geil, dass wir schwimmen dürfen! Aber unser Held scheint nicht ganz so... ...gut im Schwimmen zu sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Äh... Aber ist schon alles kaputt hier, das ist schon brutal! Diese ganzen Rohstoffe, Wahnsinn! Was für eine Verschwendung! Ein paar Tote, ja gut, die sind jetzt weniger interessant, aber... Wir müssen da jetzt mal durch! Kann er nicht schneller schwimmen? Ist ja echt lächerlich, wie langsam die schwimmen hier! Gut, ist schon... Ich weiß es nicht! Ich brauche dringend einmal ein... Neues, äh... Ich brauche einen Controller! Einen Xbox Controller! Toll... So, weiter geht's! Hey! Hört mal! Überlebende? Ganz mechanisch! Wir müssen weiter! Das Wasser steigt schnell! Sind alle bereit? Dann losgehen! Oh! Oh! Jetzt hört auf zu jammern, Jungs! Wir müssen weiter suchen! Also, Sieht euch das an! Das ganze Deck steht unter Wasser! Das ganze Deck steht unter Wasser! Das ist doch der andere Seite! Der ist hier woher! Hallo hier! Hier unten! Das Wasser steigt! Hins uns doch hoch! Das ist geizgebig aus hier! Keine Angst! Wir holen euch da raus! Wir sind bereits tot. Gehen wir. Ein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das ganze neun Minuten dauern. Ich bin das Wasser weiterversteigend für mich da nichts tot. Vielleicht wird das nicht ein Ziel. Was ja alles gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Mann, hör dich nicht. Hör doch nicht. Scheiße, Irish, bleib wohl. Tut mir leid. Gehen wir raus, los. Schon ein Wichser, das zahle ich ihm heim. Den Ohl, ich bin. Röker, wir müssen los. Wir haben uns hier eingesperrt. Bitte, dass wir hier unten sterben. Wir haben euch eingesperrt. Wir haben uns hier eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Wir haben die Raketen in den Schild geschossen und es dann hier hinterfragt. Was ist doch sinnlos. Röker. Wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben. Nein, bitte. Sag meiner Mann. Sag meiner Mann. Ich kann sofort nicht sterben. Ich bin dieser Mann. Also das ist schon echt krass. Röker, wir sind doch. In wenigen Minuten sind sie unter. Ja, wir beeilen uns doch schon. Ja. Ja. Ach, Quatsch War ja eigentlich klar, dass das hier zu ruhig war Ah, Jungs So 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 Nein Nein! Ich bin so ein Mongo! Ficken, Drecksauernal! Scheiß, Drecksnutten, fuck! Dreck! Jetzt reicht's. Boah, Alter! Jawoll! Okay, weiter geht's. Ach, komm ich hier. Hätte ich das vorher gewusst? Boah. Puh! 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 Was war denn das jetzt? Alter. Ja, wir bewegen uns doch. Oh, oh. Erstmal nachladen. Oh, Gott. Steh auf! Na los! Komm, steh auf! Komm mit! Ach. Da! Und da! Na los! Wir haben Kontakt! Feindkontakt! Wo denn? Vorsicht! Ich kaufe euch alle lebendig! Das ist der Weg! Ah! Wo ist denn der Feindkontakt? Also, ich sehe noch nicht den Feindkontakt. Also, ich sehe noch nicht den Feindkontakt. Oh Gott, was ist denn hier los? Was? Vor allem, wo bleiben die denn? Leute? Wo sind meine comrades? Was machen meine comrades? Was ist denn das? Das hätte man auch so früh erledigen können Hätte mir das einer mal gesagt Achso, ich feuere jetzt In Richtung gegnerische Boote wahrscheinlich Ach, fick dich Ich werde wahrscheinlich in die Richtung müssen Okay Wrecker steuert Alter, unsere ganzen Schiffe sind am Angriff Boom, 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 boom Irgendwoher wird noch was kommen Ich gehe es Ich weiß es einfach Es wäre zu einfach, wenn wir direkt darüber kommen würden Aber ich gehe mal davon aus Dass es so klappt Unsere Wellen Wohin müssen wir? Äh, warum dreht sich alles? Äh, warum dreht sich alles? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Probieren wir es einfach mal hier Irgendwie stresst mich das gerade richtig Wir fliehen jetzt einfach mal zurück zu unserem Hauptschiff So Ist hier noch was? Ist hier noch was? Jetzt geht mir alles hier Ich weiß nicht, wo wir hin müssen Ehrlich nicht, Leute Müssen wir da rüber, oder was? Nee, eigentlich nicht Wir müssen hier hin Ich folge jetzt unserem Ziel Und unser Ziel dreht sich jetzt in Richtung rechts Weiter rechts Weiter rechts Weiter rechts Und jetzt schon weiter rechts Das heißt, unser Ziel ist hier Irgendwo Aber irgendwie wird es nicht so ganz angezeigt Sehe ich gerade Also was ist denn jetzt dann das Ziel? Müssen wir vielleicht darüber? Ja, was ist denn das jetzt hier? Mal gucken Mal gucken Was ist denn das? Flugdeck Aha Wo ist das Flugdeck? Ich muss mir ja nicht mal einen Weg freikämpfen Oder? Ach du Scheiße Muss ich da jetzt rauf, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Leute, ich bin fraglos Wir sehen uns dafür im nächsten Mal Tschau Tschau Tschau